Das ist heute einfach geil. Ich habe heute meinen alten Kollegen getroffen, alten Trainer und so weiter. Wir haben zusammen einen großen Erfolg hier gehabt und natürlich ich freue mich immer, wenn ich hier zurück bin. Ja klar, es sind heute viele Zuschauer angekommen, viele Fans, die damals dabei waren bei unserem Erfolg. Und es ist natürlich für mich eine Ehre. Welche Spiele oder welches Spiel vielleicht ist Ihnen noch am meisten in Erinnerung hier in diesem Stadion hinter Ihnen? Boah, die waren so viele, aber ich glaube, das Aufstiegsspiel gegen 68, das war etwas Besonderes für mich. Danach waren natürlich die Bundesliga-Spiele. Wir haben gegen die großen Namen hier gewonnen. Leverkusen, gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg. Ich kann mich erinnern, dass wir auch so viele Spiele auswärts gewonnen haben. In Berlin, in Frankfurt, in Dortmund. Ja, wenn ich jetzt zurückkomme und ich sehe, gegen welche Mannschaft haben wir damals gewonnen. Und wo stehen wir jetzt mit unserer Mannschaft? Es tut ein bisschen weh. Ja. Tut will be dass du? Ja. Not mehr. Ja. Oh erlebriert. Ja. Vielen Dank.